Wir haben das Glück, die Ersten sein zu dürfen, die hier Open Airport spielen. Wir dürfen das quasi einweihen, das ist natürlich eine besondere Ehre für uns. Und da sind tausende echte Menschen wieder und wir sind sehr aufgeregt und freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Applaus 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 Applaus